Na hab dich nicht so. Was ist denn was los mit dir? Was? Du willst es. Du weißt, dass du es willst. Du weißt doch, du willst, dass ich es dir gebe. Hält deine schmutzige Kappe. Ich bin nicht so eine. Vielleicht bist du es aber doch und weißt es bloß noch nicht. Nimm sofort deine Drecksfinger von mir. Hast du nicht gehört? Du sagst deine Drecksfinger von dir weg. Bitte. Was ist denn mit dir los, Milchgesicht? Hört, du hier bist, suchst du Ärger, he? Na gut, Milchgesicht. Ich war Pastor. Oh, mein Wadepimp. Was ist das? Hä? H- 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 Vielen Dank.